Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Thomas Greis ist Torwart der New York Islanders Urheberrecht Getty Images Der Nationaltorwart wird von der NHL als Spieler der Woche ausgezeichnet Dabei setzt sich der Deutsche auch gegen einen Superstar durch Große Ehre für Thomas Greis, der Eishockey-Nationaltorhüter, ist als erster Deutscher als Spieler der Woche in der NHL ausgezeichnet worden Der Torhüter der New York Islanders war nach sich der NHL der dominante Spieler der vergangenen Woche 11. bis 17. März Er landete vor Brendan Perlini von den Chicago Blackhawks und Superstar Connor McDavid von den Edmonton Oilers Die NHL live im TV auf Sport 1 und im Livestream Greis hatte die Islanders mit starken Leistungen zu drei Siegen aus vier Partien geführt Im Schnitt ließ er dabei nur 1,25 gegen Tore pro Spiel zu und wehrte 95,9% der Schüsse auf sein Tor ab Punkt Die NHL zeichnet die besten drei Spieler der Woche seit der Saison 2007-2008 aus Die NHL live im TV 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 Untertitelung des ZDF, 2020